Servus Leute, dieses Video ist für mich ganz, ganz besonders. Es geht nämlich heute um eine Sache, die mein Leben besonders erfüllt. Ich habe nämlich meine Kuh Heidi bei der Geburt ihres Kälbchens begleitet. Ich habe für euch sechs Wochen lang regelmäßig Updates gemacht, was sich an Heidis Körper und ihrem Verhalten verändert. Ob dabei alles gut gegangen ist, werdet ihr sehen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von 100 Hektar Heimat. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Draußen ist es jetzt noch dunkel. Ich werde jetzt noch Kaffee trinken und dann stelle ich euch auch anschließend gleich noch Heidi vor. Das hier ist Heidis Box, um die Geburt, sage ich mal, möglichst entspannend zu machen für mein Tier. Also bevor ich natürlich dann Heidi separiert habe in die Einzelbox, haben wir die Box desinfiziert mit Hygienekalk, einfach um sauberes Umfeld zu schaffen. Dann kam ein Streu rein, Sägespäde und Stroh. Dann ist Heidi schon eingezogen. Heidi wurde übrigens nicht künstlich befruchtet, sondern er war es. Der kleine Ferdinand. Die größten Veränderungen während der Trächtigkeit ist einfach, der Bauch wächst, die Beckenbänder fallen ein und das Euter wächst natürlich auch. Man sieht schon, sage ich mal, einen Ansatz vom Euter selber. Man kann halt auch da sehen, dass die Haut noch ziemlich weich ist und noch nicht wirklich viel Spannung da ist. Dadurch, dass alles größer wird und sich auch weitet und weicher wird, dehnt sich natürlich die Haut auch. Also das sogenannte Harz wird auch immer weniger. Das ist halt diese klebrige Flüssigkeit einfach, was ihr jetzt da sehen könnt. Das ist wirklich wie so Harz vom Baum. Das ist auch ganz pappig, wenn man das so zwischen den Finger hat, kann man da sehen, wie sich so Faden ziehen. Da ist es halt einfach so, dass das wässrig ist, ruhigartig und umso näher man halt an die Geburt kommt, ist es so, dass das immer weniger wird und immer mehr milchartig wird. Also man kann jetzt da ziemlich gut sehen, dass auch die Beckenbänder schon mehr eingefallen sind im Vergleich zum letzten Mal. Da kann man es jetzt richtig gut sehen. Hier in dem Bereich. Das ist einfach schon alles ziemlich weich und elastisch ist. Es gab einmal ein bisschen Probleme mit Heidis Mama, wie Heidi auf die Welt kam. Für die war es halt, sag ich mal, ziemlich viel auf einmal. Das war das erste Kalb für sie und war sehr überfordert. Darum ist Heidi auch ein Flaschenkind gewesen. Auch aus Sicherheitsgründen für das Kalb, weil halt die Mutter einfach sehr aufgeregt war. Und das auch mir ein bisschen Angst gemacht hat, weil ich nicht wusste, okay gut, inwieweit ist sie jetzt nur aufgeregt oder wie weit wird sie wirklich gehen, um einfach ihr Kälbchen, sag ich mal, zu vernachlässigen. Wir gehen jetzt mal schnell zu Heidi raus, dann zeig ich euch die Fortschritte der letzten Tage. Einmal frische Sonnenstrahlen für Heidi, für den Tag. Susi ist auch am Start. Könnte Sascha vielleicht gut erkennen, dass der Bauch richtig gewachsen ist. Also sie gibt ihr Bestes in Sachen. 90, 60, 90. 96, 68, 96. Da kann man jetzt ganz leicht sehen, wie das Kälbchen von innen sich bewegt, beziehungsweise so ein bisschen boxt. Ist jetzt nicht immer so, aber ein bisschen. Und bei einer Kuh ist es eben so, dass das Kalb, sag ich mal, im gesamten Bauchraum liegt. Und eigentlich auch nicht wirklich eine richtige Seite hat, beziehungsweise liegt es sehr mittig. Also nimmt es auch beide, sag ich mal, Seiten in Anspruch. Ich habe das Wichtigste komplett verpasst. Als ich dann zuerst in den Stall gelaufen bin, dachte ich mir so, wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Hi, hi, ich bin's wieder. Und zwar ist es heute soweit gewesen. Ich habe vor ungefähr einer Stunde nachher geschaut, da war noch nichts. Ähm, keine Blase, da gar nichts. Und jetzt ist es eben so, dass ich gerade noch mal rein bin. Und dann lag unser kleines Würmchen schon da. Ich werde es euch jetzt gleich zeigen. Einmal frisch geschlüpft und noch ganz nass. Gesundheit. Bei der Heidi war es so, dass halt an diesem Donnerstag eigentlich nicht wirklich was vorwärts gegangen ist. Sie hat ganz normal gefressen, sie ist in ihrer Box rumgelaufen. Ich habe der Mama gesagt, sie soll immer wieder nach ihr schauen. Habe ich auch dann sehr gefragt, okay, gut, wie sieht es aus? Mama meinte so, ja, die frisst, da passiert nichts. Dachten wir so, ja gut, dann halt heute eben wieder nicht. Und dann war es aber so, dass ich eine halbe Stunde später in den Stall kam, wie meine Mom. Und da war dann das kleine Ding schon da geguckt und somit habe ich dann natürlich die Geburt verpasst. War dann schon blöd irgendwie. Ich habe ja dann erstmal das Geschlecht gecheckt, das war ja dann weiblich. Und da war ich dann auch im ersten Moment erleichtert, weil die weiblichen Kühe natürlich bei mir einfach länger in Betrieb bleiben und damit weiter gezüchtet wird, in Anführungszeichen. Mit einem männlichen, der würde halt einfach nur gemästet werden und wird dann irgendwann geschlachtet. Weil ich mache ja hier Mutterkuhhaltung genau wie Philipp. Also wir werden jetzt mal gemeinsam bzw. ich das Kälbchen ein bisschen abreiben. Heidi hat zwar schon gute Arbeit geleistet und hat schon abgesteckt, aber einfach, dass der Kreislauf ein bisschen in Schwung kommt. Also da kann man jetzt schon mal sehen, dass es scheinbar schon mal Hunger hat. Gleich ein bisschen Milch abmelken und dann mit der Flasche tränken, damit ich Heidi einfach noch eine kurze Pause gönnen kann. Und mit der ersten Milch, also die Biestmilch ist so die erste Milch nach der Geburt, die ist halt unheimlich wichtig, weil Kälber ohne Immunsystem auf die Welt kommen. Das hat zwar Fell, aber es ist halt einfach nicht geschützt. Und da ist dieses Kolostrum halt gerade in den ersten paar Lebensstunden so wichtig, weil halt irgendwann auch die Darmwand zumacht. Und darum sagt man auch mindestens drei Liter, direkt nachdem das Kalb auf der Welt ist. Wir wollen jetzt dann auch gleich die Nabelschnur einsprühen mit Blauspray, damit es einfach desinfiziert ist. Jetzt gibt es einmal dieses Milch aus der Flasche. Dann kann ich sicher gehen, dass es was gekriegt hat und dass es auch genug ist. Noch ein bisschen wackelig, aber jetzt lasse ich es erstmal ein paar Minuten so stehen, damit es ein bisschen ein Gefühl kriegt. Jetzt haben wir es schon selber. Einfach ein bisschen. Und tata. Es steht alleine. Oder auch nicht. Aber man kann es schon sehen am Kopf, dass es auf jeden Fall schon sucht nach Euter. Ich bin jetzt noch bei Heidi. Kann man sehen. Genau. Ich freue mich auf jeden Fall richtig. Also ich fühle da eigentlich in jedem Prozess mit meinen Tieren mit. Für mich ist es einfach richtig schön zu sehen, die Kuh und den Kalb sind einfach ein Perfekt-Match. Das ist wirklich einer der schönsten Momente in meinem Beruf. Darum bin ich auch Landwirtin geworden. Ich habe jetzt gerade noch den Moment erwischt. Da könnt ihr sehen, dass die Nachgeburt schon kam bzw. am Kommen ist. Heidi liegt jetzt noch da. Ich zeige euch mal die beiden. Kommt mit. Jetzt wollte ich euch hier einmal das Kalb zeigen, aber die ist ja so wild unterwegs. Die haut mir immer gleich ab und rennt durch den ganzen Hof. Das kleine Kälbchen von Heidi heißt Rosalinde. Ihr kennt doch alle bestimmt, bist du vegan für Rosalinde? Bist du vegan für Rosalinde oder brutal gegen sie? Und darum heißt die kleine Rosalinde. Die ist nämlich auch ziemlich frech. Halt die mal auf, Jonathan. Weiß ich nicht. Die macht nichts. Die rennt mich doch um. Ne, die rennt dich nicht um. Du musst nur schauen, dass sie da bleibt. Jetzt ist Schluss. Nein. Leute, ich bin super glücklich, dass Rosalinde jetzt da ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Das war es von uns. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin super glücklich, dass Rosalinde jetzt da ist. Hier oben findet ihr noch ein Video von 100 Hektar Heimat. Darunter gibt es noch ein Video von Phil Laude über Großverdiener in München. Wir drei sagen Tschau, bis zum nächsten Mal.